Es war einmal ein eigensinniges Kind, das der Mutter nicht gefolgt hat. Darum hatte der liebe Gott auch keine Freude an ihm und hat es noch krank werden, so, dass ihm kein Arzt mehr helfen konnte. Und schon kurz darauf lag es auf dem toten Bett. Nachdem es ins Grab versenkt wurde und er dort drüber gelegt wurde, ist auf das Mal sein Ärmchen wieder rübergekommen. Es war ganz in die Höhe gestreckt. Und wenn sie es wieder reingelegt haben und frische Arten drüber gehalten, so hat das nicht geholfen. Das Ärmchen hat immer wieder rausgeschaut. Hier musste die Mutter selber zum Grab und schlug mit einer Rute auf das Ärmchen. Und als sie das gemacht hat, hat es sich hineingezogen. Und dann erst hatte das Kind Ruhe unter der Erde. Und ich komme Babe étaient zu apertas. Und dann würde ich noch eine Rute zur eigenweisheit gefragt haben. Und dann für uns vielleicht eben eine Rute auf das Rute gefunden haben. Und dann wäre es ein Atenzuk Ontze. Und dann sequelsiere ich dir nur meine Rute auf das Rute besch miserable. Und dann wäre ich lieb'M じقول nicht auf das Rute. Und dann wäre auch was das Rute aufgerλαд, Und dann wäre das Rute anジersyllt